Wenn's mal richtig stark regnet, ist die Kanalisation in Städten mit vielen versiegelten Flächen schnell überfordert. Das hat auch Karin gerade zu spüren bekommen. Stimmt's, Karin? Ein Bauder-Gründach dämpft den Abfluss von Niederschlagswasser spürbar. Durch spezielle Retentionselemente wird der Wasserabfluss zusätzlich verzögert. Schauen wir doch mal rein. Das Gründach wirkt wie ein Schwamm, saugt sich schnell mit Wasser voll und gibt es dann langsam wieder an die Umwelt ab. Bei Regen saugt das Substrat das Wasser auf, das dann den Pflanzen dient und über die Zeit einfach verdunstet. Zusätzlich sammelt sich Wasser im Retentionselement. Ein solcher Aufbau kann auf jedem Quadratmeter Dach bis zu 45 Liter aufnehmen und dann langsam wieder abgeben. So ein Gründach hat viele Vorteile. Es schützt das Dach, ist eine natürliche Klimaanlage, reduziert Lärm und spart Abwasserkosten. Es gibt der Natur ein Stück Lebensraum zurück und macht graue Städte grün und schön. Aber Karin, den Regenmantel kannst du dir sparen. Ein Schirm reicht völlig. Dank der vielen Gründächer kannst du auf den Rest getrost verzichten.